Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Ewigkeit! Iliata! 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 Das war Nosferatu, oder? Iliata! Er hat unsere Beschwörungen gehört und er wird wieder töten! Iliata! Was können wir tun? Liebe. Nur Liebe kann ihn zerstören. Die Hingabe einer Jungfrau. Im Augenblick der Vereinigung wird er sterben. Tausend Jahre hat er sich nach dem Tod gesehnt. Liebe zwingt das Böse in die Knie. Die Hingabe einer Jungfrau.